Einen wunderschönen guten Tag, liebe Eisbären-Fans, herzlich willkommen zu einer Ziehung der 30 fast unbezahlbaren Preise für alle Dauerkartenverlängerer für die Saison 2016-17. Also alle, die bis jetzt schon ihren Dauerkartenantrag bei uns eingereicht haben, das Formular ausgefüllt und dann per Fax, per E-Mail oder auch per Post zu uns gesandt haben, die bekommen ein Los und die kommen in diesen Lostopf hier rein und haben dann die Chance, einen von den 30 fast unbezahlbaren Preisen zu gewinnen. Haltet euch also ran, das als erste Message. Aber wir ziehen zum Glück natürlich nicht alleine und ich habe heute einen Glückself und das ist Steffen Richter. Steffen, erstmal schönen guten Tag. Du bist schon seit sehr langer Zeit Eishockey und auch Fan von den Eisbären oder Dynamo. Wie lange jetzt schon dabei und wie lange schon Dauerkartenbesitzer? Also, dass ich Eisbären-Fan bin, Eisbären nicht, aber Eishockey-Fan, das ist seit Beginn der 60er Jahre. Und da haben wir regelmäßig im Valley den Eisbären besucht und waren da fasziniert von diesem Sport und das ist einfach hängen geblieben. Und so sind wir auch mit den Fans umgezogen in die große Arena am Ostbahnhof, jetzt Mercedes-Benz Arena und haben dort Dauerkarten seit fünf Jahren. Wo sitzt ihr ganz genau? Wir haben bisher gesessen im 204 und sind jetzt umgezogen im 205, wegen der besseren Sicht. Steffen, du bist der Pate für einen ganz besonderen Preis, nämlich einmal Teil des Eisbären-Mannschaftsfotos zu sein und auch persönlich dabei zu sein. Warum bist du der Pate? Du hast diesen Preis in der vergangenen Saison gewonnen und dann weitergegeben an deine Enkelin. Erstmal war ich natürlich völlig überrascht, dass ich hier einen solchen Preis gewonnen habe. Nicht nur überrascht, ich habe mich auch riesig gefreut. Aber dann entschieden, den Preis weiterzugeben an meine Enkeltochter, weil die ebenso riesen Eisbären-Fan ist, obwohl sie in der Nähe von Mannheim wohnt. Und wenn sie auch nur kann, zu wichtigen Spielen nach Berlin kommt, wir laden sie ein. Und deshalb wollte ich hier einfach eine Freude machen und habe den Preis weitergegeben und die Freude ist groß angekommen. Wie hat es ihr gefallen? Was hat sie hinterher erzählt? Also wenn begeistert das richtige Wort ist, dann verwende ich das jetzt hier. Sie war einfach begeistert. Sie war begeistert davon, dass der Trainer Uwe Krupp sie von der Wanda abgeholt hat, zur Mannschaft gebracht hat und dass die Mannschaft sie mit einem Hallo begrüßt hat. Sie hat gesagt, das war Gänsehaut, Atmosphäre pur. Und das wird sich ewig daran erinnern. Und ein großes Poster von diesem Bild, was da gemacht worden ist, hängt jetzt natürlich in ihrem Zimmer. Das ist super. Die Eisbären vertreten auch in Hessen. In dem Sinne dann, Steffen, wollen wir nicht lange quatschen? Dann walte mal deines Glückselfamtes und wir können ja mal noch mal ein bisschen durchmischen hier bei den Losen und dann kannst du reingreifen. Und dann gucken wir mal, wer diesmal Teil des Mannschaftsfotos werden wird. Und dieses Los. Andreas hat gewonnen. Andreas Mäntner. Herzlichen Glückwunsch, Andreas. Und wir hoffen natürlich, dass du genauso viel Spaß haben wirst, am Mannschaftsfoto oder Teil des Mannschaftsfotos zu sein in der Saison 2016-17. Das Mannschaftsfoto wird wahrscheinlich so Anfang August wieder angefertigt werden. Steffen, ich habe noch eine Frage. Ihr habt nämlich während der Saison mir ein Foto per E-Mail zukommen lassen mit einem thailändischen Fahrzeug. Ich muss jetzt sagen, nicht der billigsten Marke. Mit Palmen im Hintergrund. Passend zur Arena. Das ist richtig. Palmen im Hintergrund und ein Eisbärenaufkleber auf der Scheibe. Wie seid ihr zu diesem Foto gekommen? Was hat es damit auf sich? Also ich muss sagen, dass wir seit vielen Jahren gute Bekannte in Thailand haben, die wir auch schrittweise an das Eisbärker herangeführt haben. Da die mindestens einmal im Jahr in Deutschland sind, gibt es die Möglichkeit, mindestens einmal zum Eisbärker zu gehen. Und das machen die auch. Und unendlich hat er so einen schönen Aufkleber gesehen bei einem Auto, das uns überholt. Er hat gesagt, ach, besorgt mir doch so einen schönen Aufkleber. Und was ich gemacht habe, und nun fährt dieser Eisbärenaufkleber durch Bangkok, ist aber nicht das einzigste Kennzeichen, was die Eisbären in Thailand haben. Wir haben andere Bekannte und einer der Söhne von einem Bekannten, der hier studiert in Berlin, ist natürlich mit Schal nach Hause gefahren. Und nicht nur für sich, sondern auch für seine Kumpels einen Eisbärenschal mitgenommen. Also wir sind auch, in Anführungsstrichen, populär in Thailand. Eine Eisbärenbastion in Thailand, das ist toll. Steffen, vielen Dank nicht nur dafür, dass du heute hier was gezogen hast, sondern dass ihr die Eisbären auch in der ganzen Welt bekannt macht. Und natürlich nochmal Grüße an die Enkelin nach Hessen. Und vielen Dank, wie gesagt, dass du da warst. Vielen Dank an die Eisbärenfans fürs Zuschauen. Und vielen Dank auch natürlich an Micky Dupont im Hintergrund.